und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft back to the roots mit der lieben honey hi na na es gibt was schönes was ist da passiert kommt man nach oben himmel ich bin weg nach oben achso VIP sie ist gelb ja du auch wir sind VIPs wir sind hier abgehoben Hashtag abgehoben wow stimmt Hashtag abgehoben yay ST dankeschön ja danke jetzt wird alles einfacher das Dach das Dach der Kirche das Dach von der Kirche die Statue richtig selbst unten in dem Lager muss ich mich jetzt nicht mehr zwei Börke hochbauen um einen Scheiter zu setzen voll cool und wir können die Elytra ausziehen weil wir jetzt einfach den Brustschutz ansehen können haben wir mehr Verteidigung ja hallo hi treff doch treff doch treff doch das war getroffen ne doch ich hab äh ne ich hab ihr könnt P4B hier bekommen das heißt ich hab dich getroffen jaaa wie fliegen äh okay das heißt ähm Hanni macht das Lager wahrscheinlich ich kann jetzt mich über die Mauer kümmern ne richtig vom jetzt halt so wirklich ja Motivation ist wieder am Start jaaa ähm achso und äh zusätzlich zum Fliegen haben wir noch äh äh den Befehl slash WB oder slash das war eine mobile äh das heißt ich kann mal irgendwann mal äh welchen lösche ich denn das ist irgendwo ja okay naja ich wollte die Mauer mal eben zwei höher damit die Schwester nicht mehr angreifen achso warte mal bevor du Mauer weiter machst komm mal hier runter in den äh Keller wollte ich grad sagen ins Lager da hab ich ja auch noch ein bisschen weiter gebaut auf screen achja oh ich bin alt und vergesse dich sorry ja ich hatte ja auch nicht dran gedacht kommt angeflogen ja Boston und so weiter hatte ja Chucky schon gesetzt genau der Peel alles voll übersetzt mit äh Thun und hier habe ich angefangen und ich kann schon überzugreifen und so weiter und bin mit dem Abteil auch fast fertig da bin ich jetzt in der letzten Reihe gerade bei ey wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie äh Schilder machen wo was ist ne weil ich find mich hier nicht mehr zurecht ich bin vorhin irgendwo ich glaub hier glaub ich gespawnt wieder wo wir angefangen sind ähm und äh wo bin ich jetzt ja die ist die Mitte die one and only SD in person it's a king ok SD ok wir haben neue Wolle bekommen das hat nicht äh 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 SD gebaut hast du was gebaut? ne äh red also red ok also du warst das ja xixi dann flieg ich mal wieder nach oben ne ja Hashtag abgehoben ja ist der Folgenname ja auf alle Fälle aber was anderes hab ich auch nicht erwartet hihihihihihi wer hätte nochmal schlafen können ne äh ja fällt mir gerade so ein nicht so wirklich ob Tag oder Nacht aber warte ich komm nach Hause da wollte ich telefonieren na gut ich komm auch ich schlaf schon warte ich komm zu dir ins Bett Pfff Pfff sehr schön danke das ist das so schlauches hörbar wo gerade das ich glaube ich grad mache wo baust du höher ne ich machs noch nicht ist eigentlich doof ich mach bis dahin ja erstmal die Verziehung von außen nachher ne ich mach erst von innen das Holz wieder rein das ist glaube ich sinnvoller Ja ded 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 mhm mhm weil wir haben ja haben wir es schon gezeigt eigentlich in der Mauer wie wir das gemacht haben? Ja das haben wir letzte Folge gemacht Ja ne? oder vorletzte vorletzte hatten wir das gemacht so Toll, ok. Können wir hier nämlich auch einfacher weiter bauen? Oder ich? Ja. Ich kann dir ja auch mithelfen, soweit ich denn hier fertig bin und nimm da. Ja, alles gut. Aber es geht halt jetzt durch Fly echt extrem einfacher. Oh ja. Aber die erste Stufe muss ich... Oh, eins zu hoch. Ah, sind auch schon Treppen? Uff, dann muss ich ja doch da die erste Treppe machen. Na gut. Kriegen wir hin. Da, 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 da. Also es ist halt schon sehr entspannt, ne? Ja, ja. Nicht hochbauen, nicht aufpassen, dass man runterfällt. Ja. Vor allem, ich werde jetzt auf jeden Fall auf weniger sterben. Ja, stimmt. Das wirst du. Wobei mich das ja jetzt zum Schluss auch nicht mehr gestört hatte. Ja. Ja. Man verliert ja nichts. Also von daher. Ja, wenn man das alles verlieren würde, wäre es noch ein bisschen nerviger, ne? Ja. Ja. Dann auf ne Fälle. Ja. Ja. Ja, wo ist denn die... Das ist schon noch, ne? Ja. Das ist schon. Bei 87 muss schon wieder... Was ist denn mit 87? Ähm, in der... In der... In Breitengrad. X Breitengrad. Psydon? Keine Ahnung. Ein Breitengrad. Meins Achse. Ja. Breitengrad. Ja, hallo. Die Zeichnung habe ich in Minecraft auch nicht gesehen. Bei 87 musst du in den Block, hab ich gesagt. Na ja. Entfernet. Ja, uh, fast schon. Mhm. Wenn ich mich riecht schi... Jmen! Er, der then. Deh, 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 deh. Boah, das geht so schnell gerade hier, ne? Noch entspannt. Ja, voll. Sehr entspannt. Te, de, 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 de. Canny, I'm a perfectman. Läuft gerade nicht? Doch, bei mir schon. Ach so. Hätte ich jetzt auch mal machen müsste eigentlich, ne? Egal, Karl. Egal, Karl. Wäre auch mal Karl. Danke, Anke, kennt du das nicht? Egal, Karl, danke, Anke. Ja, Karl kannte ich nicht. Ich kenne, äh, bitte Brigitte und danke Anke, ja. Bitte Brigitte ist auch gut. Ich kenne nur egal Karl, danke Anke. Egal Karl kannte ich nicht. Haben wir beide was gelernt. Guck, das siehst du wieder nicht. Merkt ihr das? Sehe ich nicht, ja genau. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Oh, ne, nur mir Fiktion. Beschuldigung. Alles gut, alles gut. So, das zweite Abteil. Ah, diese sieben Kistenreinen sind so weit fertig. Ich muss fast später noch die Kisten platzieren. Wir brauchen noch viel Holz dafür, ne? Oh ja. Du kannst ja vielleicht gucken, dass wir jetzt so Holz also nicht so brauchen. Birkenholz, Akazienholz, weil so Schwarzeiche oder Eiche oder Fichte... Oh, ich hab da schon einiges rausgenommen, ne? Ja, ja, gut, aber so Holz wie Schwarzeiche, Eiche, Fichte, wär ein bisschen doof, wenn du das brauchst dafür. Ja, na gut, das ist klar. Was mein ich damit? Ja, aber das wird nicht reichen. Doch, klar. Guck mal, ich hab schon, äh, guck mal in die Kisten. Ich hab schon einiges rausgenommen. Echt? Scheiße. Das ist nur grad mal ein paar Teile gewesen. Ja, das ist ja mega teuer, ne? Ja, aber der Red hat uns ja da auch dahingehend noch ein bisschen Holz zur Verfügung gestellt gestern. Und wir konnten ja noch, wir haben ja noch diverse andere Lager, wo wir gucken können, ne? Stimmt, das hab ich auch schon wieder vergessen. Aber stimmt, aber Red, dankeschön dafür, ne? Ja. Hat ein bisschen was gegeben, als ich jetzt dann Aske bin ich ein bisschen... ...dorver. Hat er gegeben? Hat er gegeben? Hat das gegeben. Nein, er hat's mir nicht gegeben. Ich habe es mir aus seinen Kisten rausnehmen dürfen. War's, er hat's den... War's Red. Du enttäuscht mich. Ach, Schacki, ey. Warum gibt das dir nicht? Hallo? Wenn du's brauchst, dann... Also... Oh Mann, das geht schon wieder in eine komplett verkehrte Richtung. Nein. Also nicht. Genau in die richtige. Ja, das ist unser Schacki. Eindeutig, zweideutig. Ja, wenn du zweideutig bist, hast du eindeutig mehr vom Leben. Wenn du eindeutig zweideutig sind, hast du eindeutig mehr Spaß am Leben, guck ich nicht. Ja, mir egal wie. Hauptsache, du hast mehr Spaß am Leben. War's so? Wie hab ich das hingebaut? Ah, haben wir eben schon zurückfliegen. Ist ja kein Problem jetzt. So, da drei. Da drei und da wird sieb. Mit dem auch drei, ja. Ach, da hab ich ja noch, Alter. Unser Wetzlar geht übrigens auch zu neig. Uff. Das hat mir gerade so ein, wo ich die Wetzler und Lampen aus der Küste rausgenommen habe. Weiß nicht inwiefern, ob wir oben im Thron noch was haben. Ich glaube, heute war, glaube ich nicht, wirklich. Was wir da gekriegt hatten mal. Ich glaube, heute haben wir, glaube ich, nicht bekommen, oder? Weiß ich nicht. Oh Gott. Aber hier ist noch ne Doppelkiste mit Eichenholz. Äh, ne Schalkerkiste voll Eichenholz. Uuuuuh. Gleich nicht mehr. Soll ich dir die Kiste mal bringen, wo ich gerade hier bin? Pff, wenn du Bock hast. Äh. Ne, kann ich nicht abbauen, weil du die platziert hast. Dann bringst du mir halt nicht, ist okay. Ja, gerade, bis jetzt habe ich noch dabei, gerade. So ist es ja nicht. Also ich kann bei mir nochmal gucken, ob ich noch Hälfte drin habe. Aber sonst haben wir nur noch zwei Stacks Redstone Dust. Das andere habe ich schon zu braten. Und ich bin eigentlich recht sparsam mit den Lampen. Ich hätte sogar noch, äh, habe zuerst überlegt, ob ich nochmal ein paar mehr reinmache, aber denn doch nicht, ich weiß noch mit dem was. Ja, muss ich wohl farmen gehen, denn mal. Uff, Redstone Farm ist ja nicht so schön. Aber Redstone farmt sich ja recht schnell. Aber macht das auch gar nicht so viel Spaß, ne? Weil du so viel suchen musst halt. Mit der Glückspitzhacke. Hast du Glück 3, oder was hast du? Hast du Glück 3? Ja, 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 ja. Gut, dass ich mich mal gegeben habe. Ne, ne, ich habe, äh, ich glaube, in der Schaltküste drinne. Ja. Und auch mit Reparatur, also. Fast. Läuft. Magst du mal schlafen kommen? Ja, klar, komme ich zu dir ins Bett. Hey. Na, du. Hm? Ja. Gerne. Aua. Enderman! Komm noch her, komm noch her, Nehmen Läuft gut mit eigentlich, mit dem Zwischenboden? Ja Wo bist du denn, auf welcher Höhe? Bei 6300 und 3500 Ach da, ich seh schon Oh, du hast hier Spinnarty oben drauf Das kann gut sein Fünf Spinnen sind hier oben Jetzt waren das fünf Spinnen Oh, die Arme spinnen Ja, aber die Spinnen rum Bum, 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 bum Okay Okay Bye Bye So, da ist jetzt schon mal zu Auf der anderen Seite eigentlich auch schon, hab ich es so gemacht? Weiß ich gar nicht Das weiß ich gar nicht Was weißt du denn? Gar nix Awww Amba Jockey Doch hab ich gemacht Ähm, brauchst du wohl ein bisschen Unterricht? Lass mich da rein, Mann Höhe 78, okay Okay Ups Was war ja wohl hier? Hm Hm? Ah, ich bin grad ein bisschen doof Warum? Ach, ich hab eben, äh Die Schalter, die komplette Reihe durchgezogen Obwohl das Schwachsinn ist Okay Okay Das ist nicht Gut, Olaf All night long All night long Man sieht einfach nur Chucky die ganze Zeit immer nur in die Hose zu fliegen und nicht klappt All night long All night long Ja So, Hanni Wo bist du gerade? Wo bist du gerade? Frage Wo sonst? Ja, was weiß ich denn? Vielleicht bist du ja auch, keine Ahnung Ich hab jetzt so ein Farm Zum Beispiel Zum Bleistift Zum Beispiel Warte Warte Hi Hi Honey Warte, 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 warte Warte, warte, warte Warte, warte, warte 1. Warte, warte, warte. Nein, verkehrte Faro. Nein, sie erkennt man gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Nein. Nein. Und da. Und hinterlass dem Juggie mal ein Like. Wird dich bestimmt freuen. Danke. Zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.